So, wir sind jetzt auf dem FIBO angekommen. Ich habe mein externes Mikrofon nicht dran, weil das einfach zu viel Platz im Rucksack mitnimmt. Und ihr werdet einfach nur ein paar Impulsionen von der FIBO sehen und dann sehen wir uns auf jeden Fall nachher wieder. Wir sind gut angekommen und ich hoffe, ihr könnt überhaupt irgendwas hören. Also viel Spaß hier. Wir sind gut angekommen. Wir sind gut angekommen. Wir sind gut angekommen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Where do I go from here? So, jetzt schon. Unsere Füße können uns nicht ertragen. Wir sind ungefähr elf Kilometer gelaufen. Es waren sehr viele Eindrücke, sehr viele Menschen und wir machen uns jetzt wieder auf den Weg laufen zum Camping. So Freunde, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Es ist jetzt Sonntagmorgen und wir waren jetzt gestern Samstagabend nur sozusagen nochmal im Kliemannsland. Haben da auch geschlafen auf dem Hof und das ist natürlich immer alles abgesprochen und haben dann da nochmal Mattes angetroffen und so. Und freuen uns jetzt auch wieder zu Hause zu sein. Heute ist richtig, richtig geiles Wetter auf jeden Fall. Und ansonsten bedanke ich mich auch nochmal an meine Freundin Julie, weil die hat nämlich so sehr, sehr viele Szenen davon gedreht. Und dann hoffe ich, dass wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wiedersehen. Also haut rein!